Ey, willkommen in Nordic, Digga. Jo, was geht? Alles klar? Wo ist denn hin, Alter? Wenn ich jetzt eine Minute grüße, dann geht das voll. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Aufnahmeneitung und ich gebe immer so ein bisschen Zeitansagen durch. Und das war nicht immer ab, seid ihr bereit. Das ist das Kamera, Auto bereit und wir gehen los mit der Probe. Das heißt, ihr könnt auf diesen Lautsprecher hören und auf mich. Ich bin die Isi, hallo. Und wir suchen gerade noch die Protagonisten, die müssten auch gleich da sein. Und dann können wir auch schon mit der ersten Probe anfangen. Was geht auf Ferne mit dem Schattenwelsch? Was ist auch erst an euch vorbei ist? Und die Protagonisten dann erst bei euch sind, dass ihr wirklich nur auf die schießt, auf die Däden. Und nicht auf das Auge, weil sonst passiert ja Kameras und das wäre ja schlecht. Jetzt. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, acht, 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 acht. Hier müsst ihr Hildesheim, Wald oder Achtersom, Dristenstedt, Badenstedt, Oststadt oder Itzum. Keiner dieser Stadtteile bietet das, was die Nauditud. Kommst du hier rein mit deinen Textzeilen, läufst einfach, wie wir es geübt haben, hinterher. Ungefähr fünf Meter müsstest du es schaffen. Könnt ihr das Ganze zehn Meter weiter nach hinten verlegen, bitte? Hier und dann von hier raus. Himmelsführer, Hildesheimer Weib oder Achtersohn. Nein, Mann! Himmelsführer, Hildesheimer Weib oder Achtersohn. Wow, das ist auf der Stelle. Okay, das ist euer Bereich, okay? Ja, dann geht ihr nicht weg, ihr bleibt hier. Super. Okay, das ist euer Bereich. Vor dem großen Schwenk, weil der Stefan ist relativ schnell und der hat ja im Hintergrund die Crew, das heißt die sieht man gut, aber wenn Mannings reinkommt und dann der große Schwenk kommt zeitlich auf die Tanzmädels und so, dann rast man da gerade vorbei. Macht ihr mit beim Projekt Nordstadt bewegt? Ja. Okay, was macht ihr? Breakdance. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18,. Und erst weggehen, wenn der Wasser ist. Wenn der Wagen um die Ecke ist und dann... Die Kurve muss sich langsamer bleiben. Die Kurve kann ich grad nix sagen. Zu denen, zu den drei. Wenn ihr später schränkt, länger auf den Garagen und den Mädchen bleiben. Also eigentlich darf jeder noch weiterfahren und jetzt dann schneller überfahren. Du bist sehr lustig, Mama. Das heißt, wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch und gucken, wo ihr euch positioniert. Das heißt, hier könnte die erste Aktion schon sein. Sehr gut. Dann kannst du ruhig hochziehen auch, wenn es dir über den Augen ist. Aber wir müssen es auch so zeigen, wenn du lachst. Ich bin total überwältigt, dass so viele Gruppen mitgemacht haben. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wir hatten geplant, mit ungefähr zehn Gruppen dieses Video zu drehen und letztendlich sind es ungefähr 25 gewesen mit einzelnen Darstellern noch zusammen. Das hat mich total positiv überrascht, und was für eine Resonanz in der Nordstadt da war. Und die Schwierigkeit war, diese ganzen Gruppen in diesem Video überhaupt Platz finden zu lassen. in der Nordstadt-Stadt bewegen, in der Dage aufschritten wurde. Wusse. Sag mal, ich geh auch nicht. Was ist denn blöd? Wir haben da oben eine ganze Mendezeit gekriegt. Ja, ja. Sich unentwegt. Ja, ja, ja. Nordstadt bewegt sich auf Schritt und Schritt. Ja, ja. Nordstadt bewegt sich auf Schritt durch Schritt. Das Fahrrad müsste ich hier um die Kurve rum. Das Fahrrad könnte, also kann echt ziehen und dann ist hier wieder Zeit. Was macht die Kamera, wenn sie hier durch ist? Also kann ich noch hier sein, mit dem Zeichen geben und schaffe es noch? Ich sammle mal ein paar von der Grundschule Nord. Seid ihr Grundschule Nord, Kinder? Dann kommen mal alle zu mir, alle Grundschule Nord, Kinder zu mir. Heute fehlen ein paar Kinder, ist richtig? Wir gehen jetzt mal alle acht Schritte nach hier. Habt ihr alle zugehört? Ja. Und jetzt geht noch mal in eure Grüppchen. Kommt mal hier weiter rüber, hier wo ich bin. Bis hierher. Wenn ihr zu den Kindern kommt, richtig noch mal langsam machen und die Noten-Träume auch. Kommt, Suki! Go, 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 go! Hey! 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 Und jetzt, eine ist da und noch eine und noch eine und alle sind gleichzeitig am Schnitt und auf ganz hinten raus. Also hinstellt? Ja, ja, alle anderen haben den Stich gelassen und haben ihn mitgebracht. Kann eins von euren Kindern mit diesem Laufhack? Ja, stimmt. Semmel! Semmel! Ihr müsst eigentlich dann nach da ziehen. Ja, klar. Das machen wir zweimal. Muss ich nicht machen? Ja. So, Ostseite. Sie sind sogar schon zusammengenäht. Das ist ja fantastisch. So. Einmal. Wie? Wie? Ich glaube, ich war jetzt bei allen und hab euch erzählt, was wir so im Kopf haben. Dass wir uns wünschen, dass wir so mit winzigen Aktionen diese Räume, die wir hier haben, verbinden. Und ich laufe innen mit. Und spätestens, wenn ihr uns beide seht, muss die Aktion laufen. Ja. 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 Ich glaube, Niki und ich hatten den tollsten Job schlechthin. Irgendwo ist in jeder Gruppe und bei jeder Begegnung dieser Punkt gewesen, wo du plötzlich merkst, zack, wir verstehen uns. Und ich war nach so einem Arbeitstag extrem zufrieden und gut gelaunt, weil genau das war es. Also es war ein extrem gutes Laune-Projekt mit lauter Menschen, die Lust hatten, was zu tun. Böge, 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 Böge. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's. Das war's.